Man We must win Schauen wir mal, ob es mit dem ganzen neuen Null vom letzten Mal weiter geht Dine Katz spielt den Gegner Team Molo durch Aua Die Nade habe ich Ah shit Und die 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 Ich denke Da ist der Klaus, glaube ich. Ah, shit. Da ist wieder lang. Und ja. Der andere ist mit der MP5 oder so. Hobby. Der andere muss bei dir sein. Der Smoke irgendwo. Hä? Note. Wer ist hinten? Die Krise. Das ist das. Wir machen das. Grenade! Ah, nö, gef! Nö, gef! Flashbang. Oh, fuck! Fuck! Flammt doch, die will Max Money haben! Gutes Smoke, Marcela. Man sagt schnell. Komm mit in den Molo. Zum Glück. Nein, nein, das ist seine eigene. Nein, shit. Hat er mich erwischt. Hm, das auch nicht. Ja, du Christus. Schade. Komm, nimm die AWP mit, nimm die AWP mit. Ah, ich hab sie nicht gefunden. Ah, ich hab ihn einmal getroffen. Nein, springt gerade rauf. Hahaha. Das ist schon der Hatter von der Rante Ding im Krieg. Ich freu mich jetzt schon richtig den Monster rein, zweimal in den Klick und dann ist das Glück. Ah, shit. Und der ist noch blind. Ah, shit. Und der ist noch blind. Oh, wow. Ja, ja. Du nur so. Ich vorerst jetzt eh nicht. Und den gibt's. Ähm, na. Ja, gut schaut. Ah, ja. AK. Okay, sorry, Bro. Nein. Du bist zu viel wie du. Ach. Du hast mal, oder? Ja, okay. Ah, scheiß drauf. Die bügel mir jetzt runter. Von beide über dir. Ah, hab er. Ja. 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 Ja, ja. Es war ja ganz einfach eigentlich. Ja, das sind die letzten paar Wingman, die wir gespielt haben. Ist eigentlich immer ein 9-0 oder 9-1 oder 9-2. Es war ja ganz einfach so einnach. Es war ja so unkritisch. Weiter, komm, gib ab. Komm, gib ab, Ring. Peter. Ah, good. Kon ab. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.